Hey ihr Klangfalzer, willkommen zu einem neuen kleinen Video hier auf meinem Kanal. Und zwar, wir haben uns heute ein paar Action-Reiche und Zusammenschnitte aus einem Roblox-Spiel. Ich wünsche euch damit jetzt viel, viel Spaß. Ähm, ja, ich bin gespannt, was es hier für Action-Reiche jetzt hier gibt. Ich werde nicht alles nehmen, Leute. Ich werde sehr viel Karten müssen, die... Das ist jetzt Ehrenlos vom Game. Aber dann seht ihr auch nochmal den Namen vom Game. Und ich verlasse, glaube ich, lieber. Ähm, und zwar heißt das Game. Ähm, Poli, Poli, bitte. Ah, egal. Und das Game ist schon relativ nice. Ähm, das Game ist jetzt hier abfangen. Und... Mann... Ähm, falls ihr doch habt auch mehr Roblox oder generell-Videos, dann lasst jetzt ein Abo da und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und lasst ein Like da, falls euch dieses Video gefällt. Ähm... Ja, denn es werden auf jeden Fall richtig viel Musik hier reingeschmitten werden. Teilweise hört ihr mich dann gar nicht, weil halt die Musik dann am Pfahl ist. Ja. Dann gehen wir hier mal auf Müller mal rüber. Nehmen wir es an. Ich habe gerade eben schon eine Runde gespielt, bevor ich die Ausnahme gestartet habe. Also ich habe schon richtig viele Runden gespielt. Dann habe ich auch diese Waffe und ich bin Level 8. Und ich möchte heute unbedingt noch Level 15 werden, oder? Okay, C, 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 C. Und ins System ist die Punktezahl und die Zeit. Und wir sind gerade am Verlieren. Aber wir haben C eingenommen. Also wir haben jetzt wieder ein paar Ponds. Ähm, spielen kann ich? Keine Ahnung, wie man es sein kann. Okay, dann habe ich ein Heck für euch. Erstmal müssen wir ein bisschen springen und danach könnten wir noch laufen. Okay, okay, doch. Teilweise muss man doch noch springen. Auf jeden Fall können die hoch und dann von hier ein bisschen Leute killen. Ich glaube, der fragt sich gerade wovon, von wo der gehütet wurde. Oh nein. Okay, ich kille dann kurz mal den Panzer. Okay, ich glaube, dazu schmeiß ich meine Kronenheit. Okay, er lädt nach, muss ich dir eigentlich den getötet haben. Denn dann krieg ich einen Snipper. Und darauf haben wir irgendwie Bock. Nein, der hat mich fast so mit. Dann fangst du halt, du bist tot. Das ist dein Schicksal. Oh nein, nein. Kann sein, dass immer noch nicht keiner entdeckt hat? Mann, wie dumm muss man sein, um mich nicht zu entdecken. Das ist schlecht. Ähm, ich habe keine Wohnung mehr. Soll ich wieder 22? Ah, okay, das ist down. Der da unten fährt, glaube ich, ein bisschen party. Aber jetzt kann er noch nicht mehr hütteln. Gut, ich habe keinen Arm an. Ich meine, ich gerne zu oben, ne? Klar, weh, 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 weh. Ich habe einen Team-Maps selbst, haben mich noch nicht mal entdeckt. Okay, es gibt auch Helikopters, aber halt nicht auf dieser Map. Ähm. Oh, komm, das ist jetzt einfach. Kippt der Baum? Kippt der Kat um, oder wie das? Oh, 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 oh. Okay. Okay, komm, und Jo ist zu fangen. Okay. Oh, nee, du, Thomas Kander, wirst du noch? Mein Kollege, wänge. Okay, gut, herr, den. Ah, du kallierst, komm, du sagst da, 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 du sagst da! also ich habe ebenso gerade auch mein Team geertet oder hab ich das schon gesagt? Team 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 Team! Oh das gab so richtig keinen Kill von mir! Ich war hier drin, hab halt so gespielt, hab den eingekillt und der hatte aber halt noch eine Granate geworfen. Na gut, dann sind wir am Ende beide, glaube ich, durch die Granate er hat ich, dadurch dass ich ihn auslassen hatte. Das ist mein Team-Mate! Okay, ich schacke mal die Lade. Ich finde, hier kann man nicht so gut undercover sein, aber auf einem Map-O-Plan kann man halt sich so richtig geil an die ranschleichen. Durchs Wasser. Es gibt auch eine Riesen-Map, da gibt es glaube ich 6, 7 Stationen, da ist es nochmal viel schwerer. Wir verlieren kann wieder. Okay. Äh, es ist auf jeden Fall relativ nass. Ähm, so. Oha. Oha, das Panzer. Guck, so an der Kante. Ich merke mich nicht, weil die so geistisch untergebildet sind. Vor allem gehe ich jetzt auch noch mal auf den Baum. Wie fies ist das denn? Ich glaub mal, irgendwie schon... Ey, jetzt geh doch hier hoch, Charakter! Du bist auch irgendwie geistisch untergebildet, ne? Oha. Oha. Okay, ich prüfe es nochmal, prüfe es nochmal. Ah, ist komplett verlassen. Oha, das ist ja so dumm von dem. Oh mein Gott, ich muss nur hoffen, dass es hier kommt und... Wenn es liegt halt so ein bisschen, dass die Flagge untergeht, aber die bekommen keine mehr gehen. King, 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 king. Okay, ooooh. Ich muss das einnehmen, 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 einnehmen. Ja, sie kann nicht mehr hier spawnen. Ich hab's. A ist drin. Als ob die A wirklich allein gelassen haben und ich dadurch das A hab. Ich darf ihn gar nicht. Ja, in jeder Basis gibt's auch immer so ein paar Knarren. Die sind meistens vor jeder B. Okay. Das war ein Kaleo von mir. Geil, das ist ja gespawnt. Okay, aber Panzer haben wir jetzt noch nicht, weil die gegnerischen Panzer noch nicht, ähm, verspürt sind. Wir gewinnen grad. Also, ich will ja nicht sagen, aber ich hab schon relativ viel... Beigetragen. Das ist ja scheiß Tanne entdeckt. Wieso packt man da eine Tanne? Okay. Objekt C lost. Nein, 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 nein. Ihr könnt mir das nicht antun. Ihr könnt mir das jetzt nicht antun gehen. Okay, dann lass alle B angreifen. Ja, ja, ja. Wir nehmen B ein. Oh, das ist ja... Zu nice. Zu nice einfach nur. Hier, B haben wir. C müssen wir noch einnehmen. Okay, ich glaub keiner bewacht hat, aber scheißegal, Alter. Ey, das wär der erste Rick-Win-Aufnahme. Warte. Oh, ja. Da kommt noch mal ein Panzer von A. Ich glaub wir sind schussbereit. Hey, der heckt doch. Der heckt doch. Okay, fahren, 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 fahren. Diese Scheißfahrt kommt nicht den Berg hoch. Okay, ich hab' die Damage bekommen. Oh, wir sollten auf jeden Fall was für den Unternehmen der Situation D einnehmen. Ich glaub ich kann's... Ja, okay. Wir kaufen schon die an. Ach, geil. Okay, dann kauf ich das allein die an. Ist zwar ein bisschen Risky, aber... Zehn Milliarden ist der Vorname. Ich glaub es checkt keiner, dass ich kann. Von wo, von wo? Ah, nein! Da an der Enkel! Ey, aber ich hab schon ein bisschen was gebaut. Das hat der Vorname besser. Ah, ich... Nein, die haben B. Diese... Die haben das... Alter. Ich nehm A ein. Dann nehm die. Die... Die... Ach, komm mal, das ist ja... Aber wir freuen uns, mäßig liegen halt immer. Wer hat diesen Panseller gemerkt? Was? 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 Okay. Was? 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 Okay. Immer nah am Panzerplan. Immer nah am Panzerplan. Der unterm Panzer geht auch klar. Okay. Da an der Seite! Da an der Seite! Wie gut ist dieses Team? Und dann bin ich vierter. Mit sechs Kills. Also ne, sehe ich gar nicht. A und C haben wir. Dann gehe ich jetzt zu C. Ich hab von da... Ähm... Ich seh mal ein Auto. Ich möchte euch doch mal zeigen, wie man ein Auto fährt. Also, Kart habt ihr jetzt schon gesehen. Oh, okay. Das ist halt kein Auto gehabt. Ähm, dann kacken wir jetzt einfach die an. Da ist ein Panzer. Der Panzer ist mit Abstand aber der längste. Denn der hat richtig wenig Leben. Und... Er hat nicht unendlich Schuss. Denn die anderen Panzer haben unendlich Schuss. Ähm... Okay. Ich fahr dann mal mit dem Auto weg. Ja, das ist so ein Auto. Es gibt zwei... ...siebene... ...Autos. Ja, gut. Damit hab ich den einen... Ja, den anderen hab ich doch verretten lassen. Okay, 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 okay. Wenn nur das Haus... ...Hier hinter das Haus... ...Hier hinter das Haus... ...Hier hinter das Haus... ...Abgesagt. Ähm... Kollege, Kollege? Moinsen! Diet? Äh... Ich glaube, damit hab ich ein bisschen auf uns ausgemacht. gemacht hat. Du scheiss Raketen. Zeig ihm das hier. Unser Panzer. Okay, das Team-Mate von mir ist mein Team-Mate-Abballer. Okay, 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 okay. Oh, das ist so hart, der Whip doings für uns. Zwölf. Geil. Ein zwölf. Wie nice. Okay. Ich würde euch so gerne noch teilen, wenn man nicht mit ihm gekriegt. Aber ich glaube, dann geht die auch mal einfach zu lang. Okay, wir müssen jetzt noch die rastlichen Leute teilen. Da vorne sind safe keine. Da sind keine, weil wir das andere machen. Okay, Leute, das war's an dieser Stelle. Auch in diesem kleinen schmackotastischen Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.